Eilmeldung Der Mittelfeldspieler Neuhaus steht vor dem Abschied. Schauen Sie sich das Video weiter an, um weitere Informationen zu erhalten, und abonnieren Sie den Kanal, um täglich exklusive Neuigkeiten über die Fohlen zu erhalten. Gerüchten zufolge ist der Mittelfeldspieler Neuhaus von Borussia Mönchengladbach angeblich der Favorit des neuen Sportdirektors des FC Liverpool, Jörg Schmatke. Neuhaus wurde bereits in der Vergangenheit mit Anfield in Verbindung gebracht, und angesichts der bereits bestätigten Abgänge vieler Spieler bei den Reds in diesem Sommer könnte auch Klopp Interesse an Spielern dieser Qualität haben. Besonders hervorzuheben ist der angekündigte Preis von nur 12,6 Millionen Pfund, was viele Mittel für ehrgeizigere Ziele freisetzen würde. Mit 26 Jahren hat Neuhaus bereits 22 Tore in 171 Spielen für Mönchengladbach erzielt. Diese Nachricht weckt sicherlich das Interesse der Fans, da die mögliche Ankunft von Neuhaus beim FC Liverpool wertvolle Verstärkungen für das Team bedeuten würde. Bleiben Sie dran und verpassen Sie keine Neuigkeiten und Updates über Borussia Mönchengladbach auf unserem Kanal. Wir möchten alle Fans daran erinnern, dass ihre Unterstützung von entscheidender Bedeutung ist. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um keinen Inhalt zu verpassen. Gemeinsam sind wir stärker. Bis zum nächsten Mal und auf geht's, Borussia!